Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Uns ist es bei Dr. Jai Jai. So kann Mandy ein Finale in Splinter-Nivea-Könzgebet kriegen. Das kann ich auch mit Gums. Das ist ja auch Gums. Das ist ja auch Gums. Ich habe keine Kleid mit Tungen. Das ist ja Gums, Mandy. Das ist ja Gums. Ich bin doch noch in der Saal von dir. Ich kann noch ein bisschen liegen. Ich bin doch die erste Mal. Ich kann noch ein bisschen liegen. Ich kann noch ein bisschen liegen. So, Melissa, du hast schon sechs aus die Gums. Ja. Okay, nun, wie passiert das, dass ein Mensch keine Tandvleis hat? Als die Tanden geträgt wird, dann kriegt man die Beine resorziert. Die Beine, die die Gums an der Seine, wird immer kleiner und narrower. Das ist ja nicht viel, um ein Dinger oder ein Kindsgebet aufvast zu stehen. Nein, die kann nicht aufhören. Oh, kijk! So kann ich nicht geloet, das ist ja auch Gums nicht. Oh, joh. Ich denke definitiv, dass wenn ein Mensch durch eine große Fysische Transformation geht, kann das noch ein großer Schock sein, um Fotos von dir selbst zu sehen. Die größte Problem mit der Heilige Kindsgebet, ist die Feind, dass ihr nicht kann sehen, seine Tanden oder Gums haben. Okay. So, wir wollen die Beine öffnen. Okay. So, wie fühlst du über diese Boxe, die hier für uns liegt? Das ist ja eine neue Glumlach in diese Box. Ich weiß nicht, ich würde mal sehen, als ich eine Glumlach, als ich das in meine Mund sitze. Melissa, würde ich gerne mal in zu sitzen? Ich weiß. Okay. dass ich ein Glumlach in diese Boxe, wie es nicht passiert? Das ist ja eine neue Stadte. Wie viel ist? Ich will mich auch über eine Veränderung in meine Mund. Ja, wie viel ist? Oh! Ich schaue die Kachelbeckseh. Ich schaue die Kachelbeckseh. Ich schaue die Kachelbeckseh. Ich schaue die Kachelbeckseh. Ist das ja oben geworden? Ja. Ist ihr ein bisschen nervös? Oh! Okay. Du hast das schon ein Spiel. Willkie. Glamla? Das ist toll. Ich werde mich nicht mehr mit der Tatum geben. Ich habe noch nie gedacht, dass ich so ein Glamla würde. Ich fühle mich so wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich vorhin, als ich glimmelde. Mein Mund wird nicht offen. Ich kann alles sehen. Ich kann alles sehen. Ich kann noch viel glimelde. Ich sehe eine große Veränderung in Mandy. Die Energie ist leichter, glücklicher und ich sehe nicht mehr die dieben, dunkere Tränen, die ich gesehen habe. Das war die erste Mal, die ich mit mir war. Mooi Maak, 6 in 3. Donderdag aande, om 9. Net hier, opkijknet.